Ich bin jetzt am Stand von Karmann und gucke mir den neuen 570er 4x4 an und der ist auf Ford-Basis. Karmann, also die ganze Trigano-Gruppe, hat sich ja echt was vorgenommen. Die wollen den Warenbereich aufrollen. Wir nennen das Wanoffensive. Und sie haben festgestellt, dass viele Leute ein 4x4-Fahrzeug haben wollen, aber nicht ganz so viel Geld haben, um sich eine Konkurrenzmarke anzuschaffen. Deshalb schaue ich mir jetzt mal dieses Fahrzeug an. In der Pressekonferenz eben klang das schon mal richtig gut. Der neue 4x4 Dexter 570. Also von außen sieht das Teil schon mal so richtig gut aus. So ein Rammteil wollte ich schon immer mal an meinem Kastenwagen haben. Er ist auch ein bisschen höher. Und mit dem 570 wird jetzt noch mal das Konzept fortgeführt. Wir gehen mal rein. Im Eingangsbereich, was dir auffällt, ist, dass auf die Sitzgruppe die normale verzichtet wurde. Dafür hast du die beiden Sitze zum Drehen und einen Tisch, der während der Fahrt hier hinter dem Fahrersitz verstaut wird und ansonsten hier im Eingangsbereich seinen Platz findet. Das Cockpit sieht großübersichtlich aus mit viel Kopffreiheit. Das ist schon mal ein neues Konzept, was mir gut gefällt. Technisch hast du auch hier einiges zu sehen. So, die Sitze. Wie sitzt man denn hier im Fahrzeug? Ich habe lange Beine. Da finde ich das schon ein bisschen... Ah, beim Sitzen ist hier eine Kuhle. Das ist schon mal wunderbar. Allerdings, wenn du hier sitzt für im Wohnraum, dann ist der Winkel ein bisschen... Oh, es geht. Bisschen ungünstig. Vielleicht kann man ihn auch noch hochfahren, den Sitz. Was fällt auf? Ja, ein großes Waschbecken in rund. Der Schrank ist in den Eingangsbereich gewandert, der Schiebetür, um ein bisschen mehr Schrankraum zu gewinnen. Was auffällt, ist gleich eine Klappe hier im Eingangsbereich. Da kannst du Kleinigkeiten verstauen. Knöpfe machen alles, die Schalter einen guten Eindruck. Gleich eine Steckdose mit dabei. Und hier Lichtschalter, damit gleich beim Eingang Licht wird. Was mir gut gefällt, macht mal deinen Eindruck, ist dieser große Wasserhahn. Da kannst du auch mal was Größeres dahinter zu tun. Und für ein Fahrzeug in der Größe, wir sind unter sechs Meter, hast du hier mal ein richtig vernünftiges Waschbecken. Natürlich irgendwas, irgendeinen Tod musst du sterben. Das heißt, der Kühlschrank ist relativ groß, ist von unten zu bedienen. Kommt man aber auch eigentlich ganz gut dran. Du hast hier Schubladen. Noch ein bisschen sperrig. Ich benutze jetzt eine Hand, aber schließt sich eigentlich ganz gut an. Und wenn du anfasst, da scheint auch nichts zu wackeln. Mal sehen, ob das bei der unteren Schublade auch ist. Die kommt sogar ein bisschen besser raus. Schubladen sind ja sowieso sehr praktisch, um Sachen zu verstauen. Hier ist der Herd. Jetzt ist so schön dekoriert, da will ich nicht aufheben. Aber du siehst, das sieht gut aus. Die verzichten auf die normalen Gitter. Da kann man ordentlich was draufstellen. Es ist festgestellt worden, die Deutschen wünschen sich Einzelbetten. Hier ist es so gemacht worden, dass du zwei Einzelbetten hast, die aber sich zu einem gemeinsamen Bett vereinen. Und hier hast du richtig im Heck des Vans richtig viel Schlafraum. Und beim Einsteigen ist es auch kein Problem. Du kannst hier ordentlich reinlaufen. Neben dem Bett Ablagefächer, um deine Sachen unterzubringen. Hier hinten ist auch die Technik untergebracht. Da kommst du überall gut dran. Interessant ist ja auch immer, wo bringst du dein Zeug unter? Hier hast du ein paar Schränke. Die klappen ganz gut. Klappt zu. Indirekte Beleuchtung mag ich auch gerne. Hier am Bett auch noch mal ein Fenster. Und noch ein zweiter Schrank. Und ganz toll, zur Seite hin ein Fenster. Da hast du einen guten Ausblick. Und auch nach hinten richtig viel Platz. Und gleichzeitig einen Vorhang. Damit nicht immer jeder zukommt, wenn du mal hinten raus aufmachst und der andere noch im Bett liegt. Den Stauraum haben sie so gelöst, dass sie neben dem Bad am Fußende nochmal einen richtig großen Schrank reingebaut haben. Der ist eigentlich als Hängeschrank konzipiert. Also hier würde ich mehr Fächer reinbauen, weil Sachen zum Hinhängen habe ich sowieso nicht. Und das musst du dann auch hier raus machen, das zweite Brett. Aber Platz unten drunter ist noch genügend. Der Stauraum von hinten. Das sieht doch mal richtig gut aus. Hier verbergen sich auch noch Klappen und Fächer. Da kommst du dran. Da kannst du Sachen verstauen. Technik verbirgt sich unten drunter. Das haben sie mal richtig gut gemacht. Okay, dass dann hier mal durch den Raum durch mal so ein bisschen Technikleitungen gehen. Damit muss man leben. Im Moment ist hier noch nicht alles aufgebaut. Ich bin ja früh auf der Messe Freitag. Morgen geht es erst los, also muss noch dekoriert werden. Was mich aber interessiert, ist das Badezimmer. Und dich bestimmt auch. Ich schaue jetzt mal hier rein von außen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Du hast hier einen Schrank, eine Toilette, das Brett, das würde ich dir sowieso empfehlen. Wenn du eine Duschwanne hast, die sind so empfindlich. Nimm immer das Brett dazu, auch wenn es ein bisschen Aufpreis kosten würde. Das weiß ich hier jetzt noch nicht. So genau habe ich noch nicht geguckt. Und du hast hier auch eine Faltwanne und kannst die Dusche richtig ordentlich abtrennen. Jetzt gehen wir mal rein. Das Ganze betritt man hier durch so eine Schiebetür. Die ist auch recht stabil. Ich habe sowas auch in meinem Van. Die schließt. Man könnte sie auch während der Fahrt offen lassen. Da kommt nichts. Und was da wackelt, das musst du dann selber ausprobieren. Wir stopfen immer was dazwischen und dann nervt es nicht. Ganz toll ist, du hast auch noch ein Fenster. Da könntest du zur Not sogar das Duschteil raus machen und vor allem kannst du ordentlich lüften. Und hier geht es aufs Klo. Jetzt kommt die spannende Frage. Kriegen wir die Tür zu und ist noch Platz? Ja. Es ist noch viel Platz. Machen wir es wieder auf. Könnt ihr ein bisschen besser sehen. So, passe ich dann hier auf die Toilette? Ich bin ja nicht so der ganz Astralmensch. Also Leute, Frauen besonders, ihr müsst das unbedingt ausprobieren, ob ihr auf die Toilette passt. Ich habe ein sehr, sehr breites Becken und breite Oberschenkel und ich schaffe es nicht. Vielleicht könnte ich das Duschteil wegklappen und dann hätte ich wahrscheinlich Glück. Das wird gehen. Ansonsten sind hier noch Nettigkeiten. Das Waschbecken klappt weg und runter. Das gefällt mir richtig gut. Das hat sich da ordentlich versteckt. Sieht sehr ordentlich aus. Und noch eine kleine Ablage gibt es dazu. Und noch einen Schrank. Mal sehen. Passt sogar noch was rein. Das ist die Holzablage. Noch eine Ablage. Das Fahrzeug soll unter 60.000 Euro kosten, haben sie vorhin bei der Pressekonferenz gesagt. Die Informationen sind noch nicht da. Ich bin ja zu früh. Jetzt gehen wir mal außen rum. Die Felgen, das sieht super schön aus. Jetzt sind hinten die Dachdrehling, Zugang zum Dach. Und hier hinten siehst du nochmal richtig viel Platz. Das haben die sehr gut gelöst. Und ich vermute, da geht das Gas rein. Das geht zu und wird zugemacht. Und einen doppelten Boden. Also kannst du hier auch die Sachen ordentlich unterbringen. Das Einzige, keine Abtrennung nach vorne. Und hinten eine super schöne Leiter. Sieht doch sehr stylisch aus. Der neue von Carman. Und das Ganze auf Ford Transit. Nebendran steht noch ein anderer. Da kommt man jetzt leider nicht rein. Der ist abgeschlossen. Das ist ein bestimmtes Kundenfahrzeug. Hier zum Vergleich noch ein Blick in den anderen 4x4 von Dexter, von Carman. Der hat eine Sitzgruppe. Ihr seht aber, dass die Sitze vorne im Cockpit ein bisschen tiefer sind. Das heißt, du sitzt nicht gleich. Sehr schön ist, dass gegenüber ein kleiner Sitz ist. Das heißt, du kannst dann da ausweichen und musst nicht unbedingt den aus dem Fahrerraum nehmen. Das Bett. Ausreichend hinten, wenn du bereit bist, auf ein bisschen Komfort zu verzichten. Du hast natürlich hinten dann nicht so viel Schrankraum. Hier nochmal der Schrank hinten. Das heißt, es ist ein Querschläfer. Da kann es sein, dass du mit dem Schrank, der doch ein bisschen weiter runter geht, dann vielleicht ein bisschen Probleme hast. Je nachdem. Dafür ist hier der Bereich abgetrennt. Nach unten. Du hast hier einiges an Stauraum. Auch der Küchenblock ist anders gelöst. Du hast ein Wasserhahn zum Wegklappen und ein ordentliches Kochfeld. Schubladen in diesem Bereich. Dann bekommst du richtig was unter. Ein richtig großer Kühlschrank unten. Und eigentlich für diese Größe ein vernünftiges Badezimmer. Aber diesmal ohne Fenster. Probieren wir es gleich mal aus, wie sich das anfühlt. Hier kann ich auch auf der Toilette sitzen. Also wirklich, ich empfehle sowieso immer, wenn du dir ein Fahrzeug anschaffst, klettern ins Bett mit beiden Menschen. Setz dich aufs Klo, mach die Tür zu. Hallo, ich bin Katja. Und ich bin unterwegs im Kastenwagen zusammen mit meinem Mann. Und ich blogge als HINFAHREN. Also www.hin-fahren.de Bei mir findest du tolle Reiseberichte und Tipps zu Kastenwagen und Wohnmobil. Und natürlich zum Camping, weil das mache ich schon über 50 Jahre lang. Auch wenn man es mir nicht ansieht. Tschüss!